Hey Leute, Willkommen zurück zu einem neuen Fall von Notruf 1.2, die Feuerwehr-Sinnovation. Ja, ihr folgt euch jetzt sicher. Hä? Ob ihr LKW brennt? Das kennen wir ja schon. Ja. Aber habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Wie soll ich sagen, das ist 9. Links gibt es ein neues Update. Und da möchte ich jetzt halt mal mal gucken. Und würde ich sagen, mal los. Start. Achtung, Brandschutz, LKW-Brand. Einsatz für DLW, NF24, DLK2112, TLF1, RT1, Donnenkamp. Achtung, Brandschutz, LKW-N. so wo ist das? So, ich habe jetzt der Leitstelle Bescheid gegeben, dass wir da sind, als NSZ-Wagen. Ja, gucken wir mal, wie echt der Kollegen schmal das da ist. So, ich habe jetzt den Leitstelle Bescheid gegeben. 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 Ich bin nicht gut 2 So, 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 so macht preiswert nicht preiswert, du musst das machen ok packen wir schnell rein ah, das bricht ja da na gut, machen wir es uiuiuiui nimm die grünen das war schraub 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 So gut So ich würde mal sagen ich guck mal ähm die Jungschenren in der Zeit können wenn euch das Video gefallen hat würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen lieber ein Abo oder über wohlkommenen Kommentar bis dahin Notrufe an sein zur Folge der Simulation Macht's gut und 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 und